Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist so, schön, dass du hier bist, Kuyumi-Brüderchen. Ich, also ich wollte, ich wollte mich einfach noch einmal ordentlich bei dir bedanken. Ha? Du solltest dich eher bei Tsuruga bedanken. Sie müsste allerdings schon hier vorbeigekommen sein. Ja, aber ich konnte sie gar nicht so schnell ansprechen. Sie hatte ein enormes Tempo drauf. So schnell, dass ich sie kaum richtig sehen konnte. Eine beängstigende Geschwindigkeit. So schnell, dass du hier bist. So schnell, dass du hier bist. So schnell, dass du hier bist.